Mit welcher Begründung hat das Bundesverfassungsgericht das von der schwarz-gelben Koalition ausgearbeitete Wahlrecht gekippt? Im Kern geht es um die sogenannte Erfolgswertgleichheit. Also, dass jede Stimme, die bei einer Bundestagswahl abgegeben wird, den gleichen Wert und den gleichen Erfolg hat. Also, sprich, wenn ich für eine Partei wähle, ob das SPD, CDU, FDP, Grüne, Linke ist, dann möchte ich diese Partei auch hinterher nutzen. Also, ich möchte, dass sie möglichst viele Mandate bekommt. Das Problem ist, aufgrund des Zusammenspiels in unserem jetzigen Wahlrecht, dem ursprünglichen, was ja Ursache der Änderung war, kann es passieren, dass eine Stimme für eine Partei den gegenteiligen Effekt hat. Sprich, dass ihr im Ergebnis weniger Mandate zukommen, obwohl sie mehr Stimmen errungen hat, beziehungsweise umgekehrt, wenn man bewusst darauf verzichtet, einer Partei Stimmen zu geben, könnte es passieren, dass sie dadurch mehr Mandate hat. Das war im alten Wahlrecht so und da hat 2008 das Verfassungsgericht bereits einen entsprechenden Auftrag erteilt. Auf der Grundlage hat dann Schwarz-Gelb einen Gesetzentwurf durch den Bundestag gebracht, der diesen Effekt, sagen wir mal, noch potenziert hat, noch zufälliger hat werden lassen in bestimmten Punkten und noch absurder werden lassen. Also, im Ergebnis hätte es sein können, bei dem Wahlrecht, was die Koalition verabschiedet hat, dass zum Beispiel Stimmen für die Piratenpartei in Berlin hinterher den Grünen in Berlin genutzt haben, aber den Linken in Nordrhein-Westfalen Schaden hätten zufügen können. Das wäre theoretisch in dem beschlossenen Wahlrecht möglich gewesen. Und das ist natürlich ein Wahlrecht, also wie es hochgradig absurd ist. Und das hat das Verfassungsgericht auch so gesehen und hat gleichzeitig eine sogenannte Nebenbemerkung, Obita Dictum genannt, aufgegriffen, die in dem Wahlrechtsurteil von 2008 bereits enthalten war, die sich auf die Überhangmandate bezogen haben. Denn dieser Effekt des negativen Stimmengewichts, der kann nur auftreten bisher, so war das im alten Wahlrecht, wenn Überhangmandate anfallen. Überhangmandate sind also eine notwendige, aber keine hinreichende Bedingung gewesen. Und im Prinzip in dem damaligen Urteil 2008 gab es bereits den Hinweis, dass das mit den Überhangmandaten relativ problematisch geworden ist, denn Überhangmandate können zu einer Umkehrung der Mehrheitsverhältnisse führen. Wir hatten ein bisschen den Effekt 2005 gehabt, die Stimmen schwächerer SPD erzielte mehr Überhangmandate als die Stimmen stärkere Union. Und dieser Effekt ist natürlich möglich, dass beispielsweise eine rechnerische rot-grüne Mehrheit plötzlich in die Minderheit gerät, weil die Union überproportional viele Überhangmandate erzielt. Und diese zwei Punkte, negative Stimmengewicht nicht gelöst, plus ein Effekt bei den Überhangmandaten, der zu einer dramatischen Verzerrung des Wählerwillens führen kann, hat das Verfassungsgericht auf der Basis der Erfolgswertgleichheit zum Anlass genommen, um dieses Wahlrecht für verfassungswidrig zu erklären. Warum tun sich die Parteien so schwer damit, ein verfassungsmäßiges Wahlrecht zu formulieren? Das Problem ist, dass Wahlsystem und Parteiensystem in Symbiose zueinander leben. Das heißt, die Parteien stellen sich auf die Regeln des Wahlsystems ein und dummerweise oder logischerweise formulieren die Parteien selber das Wahlrecht. Das heißt, dass die Parteien setzen an der Stelle ein Recht, was ihnen selber zu Nutze ist oder auch zu ihrem Schaden sein kann. Und dementsprechend gibt es sehr unterschiedliche Interessen. Also die Union möchte insbesondere ihre Überhangmandate erhalten. Sie hat beim letzten Mal 21 Überhangmandate für die CDU und drei für die CSU gegeben. Hätte man diese Überhangmandate verrechnet, was eine Möglichkeit wäre, dann würde Folgendes passieren. Dann wäre Frau von der Leyen nicht im Bundestag, Herr Lammert säße nicht im Bundestag, Herr von Kläden säße nicht im Bundestag und in Brandenburg hätte es nur einen CDU-Abgeordneten überhaupt gegeben, weil die dort nur einen direkten Mandat errungen haben. Dementsprechend ist das Interesse der Unionsseite relativ hoch, diese Überhangmandate zu erhalten. Bei den kleineren Parteien ist es eher so, dass wir dort unter dem Stichwort Reststimmenverwertung nach einem Wahlrecht gesucht wird, was möglichst sicherstellt, dass Stimmen zum Beispiel für die FDP in Bremen der FDP auch hinterher zu Nutze kommen. Würde man jetzt zum Beispiel einfach die Listenverbindungen lösen, also das Bundesgebiet in 16 selbstständige Wahlgebiete teilen mit einer bundeseinheitlichen 5-Prozent-Hürde, dann hätte das zur Folge, dass die FDP in Bremen den Wahlkampf einstellen kann, weil die Wahrscheinlichkeit, in Bremen die natürliche Sperrklausel, die in Bremen bei 10 Prozent liegt, zu erreichen ist für die FDP in Bremen relativ gering und dementsprechend hat die FDP daran etwas andere Interessen als die Unionsseite. Und ja, Regierungs- und Oppositionslager haben natürlich auch immer im Visier das letzte Wahlergebnis und auch die potenziellen Umfragen. Und natürlich guckt man dann, ob das eine oder das andere ein mehr oder weniger nützen könnte. Und vor dem Hintergrund gibt es sehr unterschiedliche Interessenlagen, weswegen man nicht einfach auf dem Reißbrett ein Wahlsystem entwerfen kann. Und dann kommt noch eins hinzu, ein kompletter Wahlsystemwechsel, also hin zu einer Mehrheitswahl oder einem Grabenwahlrecht, das wäre natürlich aus Sicht der FDP unernehmbar. Das heißt, in einer Situation, in der wir eine kleine Koalition haben, wird einer der beiden Koalitionspartner gegen eine solche große Lösung immer opponieren. So, das Ganze hat dann zur Folge, es muss irgendwo ein Kompromiss gesucht werden. Und ein Kompromiss kann leicht zur Folge haben, dass ähnlich wie beim negativen Stimmengewicht plötzlich eine Absurdität ins Wahlrecht reinkommt, die einen ähnlichen Effekt bewirken kann wie das negative Stimmengewicht. Das heißt, der Wähler wählt etwas, kriegt aber dafür etwas anderes geliefert. Und das ist natürlich etwas, was in der Demokratie höchst unschön ist. Falls das Bundesverfassungsgericht letztlich doch ein neues Wahlrecht verordnen muss, weil das Parlament keinen Kompromiss erzielen kann, welche Konsequenzen hätte das für das demokratische System? Das wäre im Prinzip der Super-GAU in der Demokratie. Denn das Verständnis der Demokratie ist ja, dass der Souverän selbst sich diese Regeln setzt. Und in der Umsetzung, wie der demokratische Wille sich in parlamentarische Mehrheiten übersetzt, ist das Wahlrecht der entscheidende Schlüssel, wie letztlich, oder das Wahlsystem genauer genommen, wie letztlich die Repräsentation wahrgenommen wird. Das heißt, das Volk muss eigentlich, qua seiner Vertreter im Parlament, diese Regeln selbst aushandeln. Wenn jetzt von außen dieses, durch eine Exekutive oder in diesem Falle eine Judikative, es verordnet wird, dann würde ein Grundmechanismus der Demokratie, nämlich dieses ursprünglichen Effekts, der das alle Gewalt vom Volke auswählt, auch die Judikative ist ja in dem Punkt abgeleitet davon, dieses würde dann durchbrochen werden. Und das möchte das Verfassungsgericht aus sehr guten Gründen vermeiden. Aber man merkt, es könnte passieren, dass im parlamentarischen Prozess das Ganze sich so blockiert, dass Judikative dazu gezwungen wäre. Und das durchzieht den ganzen Geist des Urteils, wäre ein wirklich dramatischer Effekt im politischen System, der schwerlich zu heilen ist.